Das hier sind die drei schnellsten Wege, um aufzuwachen und zu deiner persönlichen Erleuchtung zu finden. Die drei schnellsten Wege, um aufzuwachen aus der Illusion, aus dem Traum, aus dem, was wir als Wahrheit bisher gesehen haben und uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, zu was wir wirklich fähig sind und warum wir wirklich hier sind in diesem Podcast. Herzlich Willkommen zur Raphael Bettencourt Experience, der Podcast für die grenzenlosen Seelen der Veränderung. In diesem Podcast nehme ich dich mit in die Welt der Energie und der Gesetze des Universums, sodass du die größten Quantensprünge in deinem Leben und Business erschaffst. Das ist der Weg zu einer neuen Welt. Auf geht's! Herzlich Willkommen zurück hier in der Raphael Bettencourt Experience. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute spreche ich mit dir über aus meiner Sicht die drei allerschnellsten Wege, um aufzuwachen und uns daran zu erinnern, wer wir sind, zu was wir fähig sind und uns zu befreien von all diesen Begrenzungen. Denn wenn du dich erinnerst, dann erinnerst du dich daran, dass du ein unendlich machtvolles und schöpferisches Wesen bist, dass jede Situation von dir kreiert wurde und jede Situation neu kreiert werden kann. Und damit befreist du dich. Ich habe gerade, bevor ich angefangen habe, diesen Podcast aufzunehmen, ein Video von mir entdeckt, von aus dem Jahr 2021 von mir. Und in diesem Video nehme ich für mich selber eine Erinnerung auf. Denn immer mal wieder, wenn du Unternehmer bist, wenn du so deinem Weg folgst, gibt es Zeiten, wo du auch wieder vergisst, warum mache ich das eigentlich? Wofür mache ich das Ganze? Und in dem Video sage ich, Raphael, Das hier gilt als Erinnerung für dich selbst. Denn wenn mal die Zeit kommt, wo du wieder vergisst, warum du das eigentlich machst, ist dieses Video für dich. Denn jetzt gerade fühle ich es. Und dort spreche ich darüber, dass meine große Vision, die eine Sache, die mich antreibt, jeden Moment meines Lebens, vor allem in meinem Business, vor allem in meiner Berufung, ist Freiheit. Einer der größten Wünsche, eines der größten Ziele, die ich jemals als Person und als Wesen hatte, war immer Freiheit. Und wir haben auf der einen Seite die physische Freiheit, die für die meisten von uns gegeben ist in den Ländern, in denen wir leben. Wir haben auf der nächsten Ebene die finanzielle und örtliche Freiheit, dass wir uns ein Business zum Beispiel aufbauen, was uns frei macht. Aber dann gibt es noch eine viel tiefere Ebene, die alle anderen Ebenen einschließt. Es ist die Ebene der seelischen Freiheit. Zu fühlen, dass deine Seele frei ist. Dass du frei bist, zu fühlen, zu handeln, zu denken, dich auszudrücken, dich zu entfalten. Und die meisten von uns sind das nicht. Denn wir werden geboren in ein System, das uns von Anfang an eine Illusion verkauft. Die Illusion davon, dass du klein bist. Dass du ein kleines, klitzekleines Sandkorn bist. Und du ohne den Schutz, ohne die Anleitung, ohne den Rahmen von außen niemals funktionieren könntest. Uns wird von Anfang an gesagt und gezeigt, du bist nur ein kleines Opfer. Du wirst beeinflusst von denen im Außen, die die wahre Macht haben. Und so werden wir in ein System geboren, was uns von Anfang an trainiert, in die Illusion, in den Traum hinein, dass du klein bist, dass du machtlos bist. Doch die wahre Freiheit ist eben nicht die finanzielle Freiheit. Die Möglichkeit zu haben, sich zu kaufen, was man möchte oder zu reisen, wann man möchte. Die wahre Freiheit ist, dich zu erinnern und damit aufzuwachen. Aufzuwachen aus dieser Illusion, die dir verkauft wurde. Und das ist ein anderes Aufwachen. Das ist ein anderes Erinnern. Das geht so viel tiefer als alles andere. Denn auf einmal machst du deine Augen auf zum ersten Mal und siehst, oh mein Gott, ich bin nicht nur dieser Körper, ich bin nicht nur dieser Name, ich bin nicht nur diese Person, ich bin ein Wesen, was aus der Schöpfung selbst gekommen ist. Ich bin ein Teil der Schöpfung. Ich bin ein Teil Gottes. Ich bin ein Teil des Universums, wie auch immer du es nennen möchtest. Und ich habe die gleichen Fähigkeiten. Ich habe die Fähigkeit zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit zu verändern. Ich habe die Fähigkeit zu beeinflussen. Plötzlich entdecken wir, dass wir niemals das Opfer waren. Dass niemals jemand oder etwas im Außen auf uns oder Kontrolle über uns hatte. Sondern immer nur wir. Immer wir die Entscheidungen getroffen haben. Auch wenn es unbewusst war. Das ist das wahre Erinnern. Und das ist das wahre Sich-Befreien. Dann bist du wirklich frei. Denn dann ist es egal, wo du lebst, mit wem du lebst, wie viel Geld du auf dem Konto hast, was gerade passiert. Du weißt, ich habe mich erinnert. Ich bin ein unendliches Wesen. Ich kann schöpfen. Ich kann kreieren. Nichts kann mich einschränken. Nichts kann mich klein machen. Das ist das wahre Erinnern. Das ist das Aufwachen. Und jetzt ist die Frage, was sind aus meiner Erfahrung die drei schnellsten Wege, um dahin zu kommen. Und wenn wir es gemacht haben, dann immer tiefer aufzuwachen. Denn es ist nicht so, dass du einmal so machst und merkst, ah ja, perfekt, jetzt bin ich das schöpferische Wesen. Ich kann alles machen, was ich will und einfach. Es geht in Stufen, graduell, immer tiefer. Du wachst auf das erste Mal. Du fühlst es. Oh mein Gott, ich bin ein schöpferisches Wesen. Okay. Ich bin die Schöpfung selbst. Ich bin das Universum. Okay. Und mit jedem Schritt wird dir mehr bewusst, wo du an die Illusion geglaubt hast, wo du dir selber noch das Gefängnis geschaffen hast, wo du dich selber klein gemacht hast. Mit jedem Schritt ein bisschen mehr. Das heißt, es ist nicht so, dass du einmal aufwachst und du bist fertig. Du wachst auf und dann geht die echte Reise los. Und jetzt geht es um die drei Wege, die dich am schnellsten dahin führen in das Aufwachen. Der erste Weg ist, reisen zu gehen. Und ich meine nicht, Urlaub zu machen. Urlaub hat nichts mit Entwicklung und Entfaltung zu tun. Ich rede von Reisen. Deine Zelte abzubrechen und in eine neue Umgebung zu gehen. Denn was hält uns davon ab, aufzuwachen? Das Bekannte. Das, was wir schon kennen, das, was uns tausendmal gesagt wurde, das, was wir gelernt haben, wird uns von außen immer wieder zurückgespiegelt. Wenn du in dem gleichen Ort lebst, mit den gleichen Leuten bist, jeden Tag die gleichen Dinge tust, dann hast du keinen Raum, dich weiter zu entfalten und weiter zu entwickeln. Das ist nicht möglich. Doch sobald jemand Neues in dein Feld kommt, du an einem anderen Ort bist, fängst du plötzlich an, Dinge ganz anders zu sehen, ganz anders zu denken, dich ganz anders zu fühlen. und klick, 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 klick. Und auf einmal siehst du es von außen. Für mich war das eines der schnellsten, eine der schnellsten Arten zu wachsen. Ich bin seit Jahren viel auf Reisen. Und ich bin nicht dann im Urlaub für zwei Wochen, sondern ich gehe an einen neuen Ort und bleibe dort für ein, zwei Monate. Teilweise sogar länger als das. Auf anderen Kontinenten. Allein in diesem Jahr war ich auf vier Kontinenten. Jeder Kontinent ist eine andere Welt, eine andere Dimension. Und dann spreche ich mit Menschen, die noch nie das Land verlassen haben oder auch Europa verlassen haben. Und ich kann es so gut verstehen, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass es diese anderen Welten gibt. Doch dann bist du dort in Asien oder in Südamerika und du siehst, diese Menschen leben ganz anders. Eine ganz andere Realität. eine ganz andere Art zu denken und es sprengt deinen Horizont, weil du bis zu diesem Moment noch nie gefühlt hast, dass es diese andere Art zu denken gibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass du konfrontiert wirst mit dem Unbekannten. Immer und immer und immer wieder. Wenn du zu Hause bist, in deinem Bekannten, dann weißt du, wie alles funktioniert. Du weißt, wie du dich darauf einlassen musst. Du weißt, wie die Dinge ablaufen. Doch dann bist du auf Reisen. Plötzlich wird dein Flug verspätet und du hängst fest an einem Flughafen in Brasilien, in Sao Paulo und dein Koffer ist plötzlich weg. Dann musst du mit diesen Leuten irgendwie auf Deutsch, Portugiesisch, Englisch kommunizieren, dass irgendwie dein Koffer wiederkommt. Die haben keine Ahnung, was sie da tun. Du wartest 14 Stunden auf deinen Koffer und du weißt nicht, ob du überhaupt den nächsten Flieger bekommst, den du jetzt extra gebucht hast, damit du weiterfliegen kannst, weil die alle keine Ahnung haben. Das ist, was mir passiert ist Anfang des Jahres. Eine unglaublich nervenaufreibende Situation. Doch was lehren dich diese Situation? Erstens, du bist der Schöpfer. Du hast Einfluss darauf. Ich habe Einfluss gehabt, dass der Koffer rechtzeitig kommt und der ist rechtzeitig gekommen. Genau so, dass ich gerade so borden konnte. Zweitens, du lernst, dich auf etwas Höheres zu verlassen. auf eine Führung, auf deine Seele, auf das Universum, auf Gott, wie auch immer du es nennen möchtest oder was deine Quelle ist, auf die du dich fokussierst. Denn so viele Situationen, die dich an deine Grenze bringen, wirst du selten erleben wie auf Reisen. Also Reisen, richtige Reisen zu machen, ist der erste Weg, um aufzuwachen und dich zu erinnern. Und teil gerne mal bei all diesen Punkten, die ich jetzt hier so aufzähle, deine Geschichten in den Kommentaren, deine Geschichten von deinen Reisen oder von den anderen zwei Punkten, die jetzt noch folgen werden. Denn Reisen ist die eine Sache, die schon intensiv ist, aber die anderen beiden gehen noch tiefer. Gerade Nummer drei, gerade Nummer drei ist extrem intensiv, aber die schönste Erfahrung, die es gibt. Punkt Nummer zwei, der schnellste Weg des Aufwachens nach meiner Sicht ist, ein Business zu starten, ein Business zu gründen, dein eigener Chef zu werden, dein eigenes Baby groß zu ziehen. Denn genau das ist es. Es ist auch wieder das Unbekannte. Wenn du einen normalen Beruf verfolgst, dann hast du meistens einen Rahmen, der sehr ähnlich ist. Du weißt genau, ich gehe so zum Job, ich mache acht Stunden diese Arbeit und fertig. Ich werde diese Aufgaben bekommen, ich kümmere mich um diese Aufgaben. Es ist ein immer sich wiederholender Prozess. Es ist sehr viel Routine. Und für viele Leute ist das perfekt, sie lieben es, sie wollen auch gar nichts anderes. Doch ein Business zu starten bedeutet erstens genau das zu tun, die volle Verantwortung zu übernehmen. Zu sagen, ich bin verantwortlich für mein Leben, für mein Business, für mein Geld. Ich nehme meine Macht zurück. Ich nehme meine Power zurück. Und was du damit machst, ist eben alles Negative zu dir zurückzunehmen. Das heißt, wenn was falsch läuft, ist nicht der Chef schuld, ist nicht das Unternehmen schuld, sondern du hast die Verantwortung. Aber was du auch tust, ist die Verantwortung und Macht über deine Finanzen zurückzunehmen, über das Positive zurückzunehmen. Plötzlich hast du durch deine Energie Einfluss, wie viel Einkommen du hast. Du kannst mehr Energie reinstecken, besser kreieren, wumm, verdienst doppelt so viel. Das kann jemand als normaler Arbeitnehmer nicht. Das heißt, das ist der erste Punkt, du nimmst deine volle Macht und Verantwortung zurück. Ein großer, wichtiger Teil des Aufwachens und des Sichererinnerns. Denn am Ende ist es eh nur eine Illusion, dass du als Arbeitnehmer sicher bist. Dass dein Unternehmen und Chef dich sicher hält. Dass jemand anderes die Macht hat, all das ist eh nur eine Illusion, in die wir uns reingekauft haben, in die wir reingegangen sind. Wir haben uns mit unserer Aufmerksamkeit hineingekauft. Wir geben unsere Aufmerksamkeit dafür, dafür bekommen wir die Illusion der Sicherheit. Aber die ist niemals wahr gewesen. Und um das zu sehen, hilft es ein Business zu starten, weil wir plötzlich realisieren, mein Leben war noch nie sicher, mein Job war noch nie sicher, ich dachte es nur. Und es hat bisher vielleicht gerade so funktioniert. Doch dann nehmen wir unsere Macht zurück mit einem eigenen Business und du bist immer wieder konfrontiert mit dem Unbekannten. Mit Herausforderungen, die du gar nicht kanntest als Arbeitnehmer. Du musst plötzlich um die Ecke denken, du musst Lösungen finden, du musst überlegen, okay, wie kann ich neue Energie reingeben, dass das rauskommt, was ich mir wünsche und was ich möchte. Das ist extremes Training, um aufzuwachen. Also Business, da kann ich jetzt noch lange drüber reden, aber das ist schon mal eine gute Erklärung. Business hilft extrem, um schneller aufzuwachen. Und ganz wichtig, was ich hier noch zu sagen möchte, zu den drei Punkten, bevor ich zu dem dritten komme, der mir auch am meisten gefällt und euch mit Sicherheit auch am meisten gefallen wird. Alles, was ich hier gerade teile, ist meine Erfahrung und es ist keine Anleitung von, das muss ich tun, um mich zu erinnern. Das muss ich tun, um aufzuwachen. Überhaupt nicht. Es gibt unzählige Wege und jeder findet und geht seinen eigenen. Jeder findet und geht seinen eigenen. Ich teile dir hier nur den, den ich erfahren habe und den ich sehe als den schnellsten in der Erfahrung mit tausenden Menschen, mit denen ich gearbeitet habe bisher. Damit kommen wir zum dritten Weg, die Liebe. Ich rede nicht von der Illusion von Liebe, die viele von uns aufgebaut haben, die uns beigebracht wurde, sondern ich rede von richtig, echter, tiefer, verbundener, wahrer Liebe. In der zwei Menschen zusammenkommen und sagen, wir gehören zusammen und wir sind bereit, alles aufzulösen und zu transzendieren, was uns wieder in die Illusion der Trennung bringen möchte, was uns wieder in die Illusion bringen möchte, dass wir nicht zusammen gehören, dass es nicht funktioniert und, und, und. Denn inzwischen leben wir in einer Welt der Optionen. Es ist sehr normal geworden, dass wenn ein Problem aufkommt, zwei Probleme, ein größeres Problem, dass wir sofort sagen, ah, das ist doch nicht die Person, ich suche mir direkt die nächste Person. Wir springen von A nach B, von D nach C und so weiter. Doch wenn ich immer wieder springe, von einer Person zur nächsten, dann kann ich nicht in die Tiefe gehen. Dann kann ich niemals in die Tiefe mit einem Menschen gehen. Dann kann ich niemals in die Tiefe meiner Schatten eintauchen. Denn Liebe ist wie ein Scheinwerfer in deine Schattenwelt. Wenn du wirklich eine Person gefunden hast, die zu dir gehört, die dich komplementiert, dann wird diese Person ein Scheinwerfer sein in deine Welt der Schatten, in all die Teile, die du dir nie anschauen wolltest, in das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht zu reichen, das nicht zu können und, und, und. Nicht zu vertrauen. Ein riesiger Scheinwerfer. Und was die meisten Menschen machen ist, der Scheinwerfer wird aktiv, weil diese Person zu dir gehört und dir das spiegelt. Und dann sagen sie, oh nein, dieser Mensch lässt mich schlecht fühlen, ich gehe direkt wieder zum Nächsten. Es wird unkomfortabel, es wird unbekannt, schnell weg, zurück ins Bekannte. Liebe ist der größte Anstoß, aufzuwachen. Der größte Anstoß, uns zu erinnern und es erfordert so viel Mut, so viel Mut und die Bereitschaft durchzugehen. Ich spreche aus Erfahrung. Nichts hat mich so herausgefordert und gleichzeitig so überdimensional glücklich gemacht wie die Liebe. Die Polaritäten in einer Form. Weil du öffnest dich auf einer Ebene für einen anderen Menschen. Du zeigst alles, was du bist. Und damit bekommt diese Person die Fähigkeit, dich auf so einer tiefen Ebene zu verletzen. Sie könnte es machen. Er könnte es machen. Und das ist Vertrauen. Doch du vertraust und sagst, hier bin ich. Und das macht uns so sehr Angst, uns so sehr zu zeigen. Es gibt einen so schönen Spruch, den ich bei Aubrey Marcus gehört habe. Unsere größte Angst ist nicht, abgelehnt zu werden. Unsere größte Angst ist zu zeigen, wer wir wirklich sind und dafür abgelehnt zu werden. Und deswegen bauen wir Masken auf. Wir spielen mit Masken. Wir tun so, als wären wir jemand. Weil wenn ich dafür abgelehnt werde, für meine Maske, ist das ja nicht so schlimm. Aber wenn ich abgelehnt werde, für mein wahres Sein, ohne meine Maske, das ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Und davor haben wir Angst. Und deswegen bauen die meisten Menschen Masken auf, springen von A nach B. nach C und nach D. Doch wenn du in die wahre Liebe gehst, nimmst du jede Maske ab, wirfst sie weg, sagst, das bin ich. Und mit jedem Mal, wo du das machst, gehst du das Risiko ein, abgelehnt zu werden und tiefen Schmerz zu erfahren. Und du machst es einfach wieder. Und du vertraust. Und du bist bereit, dich nackt zu zeigen, auf jeder einzelnen Ebene. Und das ist der Scheinwerfer, der dich aufwachen lässt. Das ist der Scheinwerfer, der braucht, dass du bereit bist, aufzuwachen, dass du bereit bist, hinzuschauen, dass du bereit bist, nicht wegzurennen, vor deinen Ängsten, vor deinen Schatten und vor deinem Schmerz. Und wenn du das machst, in diesen drei Wegen, wenn du bereit bist, alles zu geben, bereit bist, alles zu fühlen, bereit bist, durch alles durchzugehen, dann wirst du so gigantisch belohnt. Denn du erinnerst dich, wer du wirklich bist. Du siehst die Illusion, in der du gelebt hast, die dich so klein gemacht hat und lässt sie ein für allemal hinter dir. Das sind meine drei Wege. Und teil gerne mal unten in den Kommentaren deine Geschichte. Was war für dich ein Moment in der Liebe, beim Reisen, im Business, der dir die Augen geöffnet hat? Lass uns unter diesem Video unsere Geschichten teilen. Ich würde mich sehr freuen, deine zu lesen. Danke, dass du da warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne ein Like da, sende ihn weiter an jemanden, der aufwachen möchte, der sich erinnern möchte. Und denk dran, das Ganze zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Dein Raphael.